Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 1. Juli 2022. Mancid wurde heute von ein paar Schafen bedrängt. Mancid hielt gerade heute ein Nickerchen im Gras. Beim Aufwachen war er von einer Schafherde umringt. Mancid war von der Situation ziemlich überrumpelt. Es hat ihn anscheinend, als fühlten sich die Schafe zu ihm hin gezogen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Geht's vielleicht auch mit ein wenig mehr Enthusiasmus? Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe nichts verbrochen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin aufmö. Der 1. Juli war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Jetzt geht's los, ein Nickerchen-Spielbrit.